Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. So wie Jesus einst das Licht der Welt war, sollten auch wir Christen ein Licht für die Welt sein. Wir sollten dahin gehen, wo die Finsternis regiert und ein Licht sein. So wie Christus ein Licht für uns alle geworden ist. Ich erzähle euch mal ein bisschen was von Gott. Gott ist kein Gott, der irgendwo weit, weit, weit weg auf einem Thron sitzt. Nein. Gott, unser Gott, der Gott Israels, ist ganz nah. Er ist da, wo man ihn braucht. Im Verborgenen zum Beispiel. Deswegen, wie es in der Bergpredigt ist, solltet ihr nicht beten, wie die Scheinheiligen auf der Straße, öffentlich. Nein. Ihr sollt euch in euer Kämmerlein einsperren und im Verborgenen zu euch beten. Zu Gott beten. Wenn ihr wollt oder möchtet, könnt ihr auch meine anderen Videos teilen, damit die ganze Welt davon erfährt, was Gott oder Jesus getan haben. Was das für ein Gefühl ist, das kann man gar nicht beschreiben. Dieses Gefühl von Glück, zu wissen, dass Gott einen so liebt, wie man ist, ist einfach unbeschreiblich. Ich hoffe, dass ihr diese Liebe, dieses Gefühl auch spürt oder spüren könnt. Gott segne euch alle. Amen. Lasst uns beten. Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Ehren. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns uns Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Johannes Evangelium Kapitel 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Lehm, und das Lehm war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches je Menschen erleuchtet, sollte an die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnehmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war er als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, denn die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und der Bekannte ist, und leugnete nicht, sondern Bekannte. Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Und sprachen sie zu ihm, wer bist du denn, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm den Schurin zu lösen. Dies geschah in Bithabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht, aber nicht er Israel offenbart würde. Darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und der bleibt auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf dem du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn rehen und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwanderte und die Nachfolge sah, sprach er zu ihnen, Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, Wo wohnst du? Er spricht zu ihnen. Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon, Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn und sprach, Du bist Simon, Jonas' Sohn. Du sollst Kepas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, Folge mir nach, Philippus war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, Komm und sieh! Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm, Siehe, wahrhaftig, ein Israelit, Dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Ehe dich Philippus rief, Als du unter dem Feinbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir sagte, Ich sah dich unter dem Feinbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen Und die Engel Gottes auf- und niedersteilen Auf den Sohn des Menschen.